Und was gibt es Schöneres als die unberührte Natur, wo ein paar einsame Inden ihre Runden ziehen? Ich warte jetzt gerade darauf, dass die von einem Hai gefressen werden. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe hier gerade unter Wasser irgendwo einen Hai gesehen. Ach ja, ihr fragt euch sicher, was ist denn das? Was ist los? Was ist passiert? Warum sehe ich kein Minecraft? Bin ich im falschen Kanal? Nein, das seid ihr nicht. Hey ho erstmal. Immer mit der Ruhe. Hier ist euer Vorbudler wie eh und je. Und zwar schaut euch doch mal einfach mein 500 Abonnenten Special an. Oh, da können wir Filme gucken da vorne. Guck mal. Das ist sogar einer von meinen Filmen. Das ist ja völlig irre. Ja, das ist ein tolles Feature hier, was in Rollercoaster Tycoon 3 ist. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Da kann man mal sehen, obwohl ich das Spiel seit Jahren spiele. Ja, guckt euch das 500 Abonnenten Special von mir an. Große positive Resonanz von euch auf die Folge damals. Und natürlich hat er euch ja versprochen, ab und zu auch nochmal reinzugucken in unseren Wiesenfelspark, den ich hier so baue. Ja, das machen wir jetzt hier mit. Ich drücke mal eben auf Stop so ein bisschen, damit hier nicht so die Zeit voranschreitet. Also nur entspannt. Wir gucken uns heute mal so ein bisschen in Rollercoaster Tycoon 3 an. Und selbstverständlich spiele ich mit Minecraft weiter und auch hauptsächlich. Das sind hier so Sonderfolgen. Ich mache ja auch kein Live-Let's-Play hier mit und bla bla bla. Das erzähle ich euch alles schon im 500 Abonnenten Special. Also tut mir gefallen. Schaltet da mal ein, bevor ich jetzt hier wieder unnötig viel rumquatsche. Lasst uns lieber mal gucken, was wir hier so gerade machen. Rollercoaster Tycoon 3, Vanilla, ohne Mods, weil ich mich überhaupt nicht mit Mods auskenne in dem Spiel. Also es ist eine Entwicklung, die völlig an mir vorbeigegangen ist. Und ich sehe mir da immer nur schöne Sachen an. Auf YouTube zum Beispiel, was Leute mit Mods so herstellen. Und das ist fantastisch. Aber wie gesagt, wir machen jetzt hier mal einfach nur so mit Rollercoaster Tycoon Mitteln. Ohne Schnickschnack und ohne alles. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Wiesenfels Park, sagte ich schon. Oben auf dem Berg, hier soll die Burg Wiesenfels entstehen. Natürlich nicht eins zu eins. Das ist ja klar, wir bauen den nicht einfach nach, sondern wir wollen das hier noch ein bisschen symbolisch so anleiern. Ihr seht schon, ich habe hier so diesen Treppenaufgang so mal gemacht. Und da mal so ein bisschen so etwas Spektakuläres so hingebaut. Also ein bisschen, ja ich habe hier gerade noch ein bisschen Probleme mit der Maus. Das soll so ein bisschen kolossaler aussehen. Was ich hier noch hinbauen werde und so weiß ich im Moment noch nicht. Auf jeden Fall seht ihr, hier soll oben so eine Burg entstehen. Da habe ich diese karibischen Wände für genommen. Wo haben wir sie denn? Karibische Abenteuerwände, seht ihr? Wir haben hier unheimliche Möglichkeiten. Also da kann man Minecraft nicht mithalten von den Gestaltungsmöglichkeiten und den verschiedenen Objekten, die wir hier so haben. Natürlich können wir hier nicht craften, aber wir können nur alles so zusammenbauen. Aber es ist schon eine ganz enorme Sache, was man hier so machen kann. Ihr seht hier, dass es jetzt schon zu so einer Achterbahn geht. Die habe ich gerade fertig gebaut. Jetzt läuft sie glaube ich auch ganz gut. Habe ein bisschen dran rumbasteln müssen, aber das ist ganz normal. Das ist selbstverständlich. Ich baue meine Achterbahn ja auch immer selber und passe die ans Gelände an und nehme mir da nicht solche vorgefertigten Tracks. Und es soll hier schön so unterirdisch reingehen. Hier oben soll überall noch Gebäude hin. Also hier überall noch Ritterburg irgendwie. Ihr kennt ja die Burg Wiesenfels. Das soll schon so ein bisschen der Sache ähneln. Gut, aber da haben wir jetzt die nenne ich Deep Drill. Diese Bahn hier. Das ist ein senkrecht Deep Drill. Ein senkrecht Coaster. Der können wir uns mal eben angucken. Der fährt hier hoch, sehr steil. Der bleibt dann hier oben stehen. Für einen Moment, ja. Und dann, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, es sieht mir gar nicht so aus. Habe ich da vorhin die Schiene aus Versehen abgerissen. Ich musste da, das ist gut möglich. Augenblick mal eben. Ich schaue mal danach. Das kommt mir gerade nicht geheuer vor. Doch ist eine Haltebremse drin. Das wollte ich nur wissen. So ist alles klar. Und ihr seht dann schon, dann geht es hier runter. Und zwar Deep Drill, wie die Tiefbohrung in Burg Wiesenfels. Guckt mal, das war eine meiner ersten Let's Play oder Let's Shows. Guckt da einfach nochmal so. Das ist bestimmt auch so gut. Bestimmt dann lustig mal so eine ganz alte Folge zu sehen. Naja, die sind jetzt so drei, vier Monate alt. Gut, da seht ihr schon, was hier passiert. Die stürzt nicht nur einfach senkrecht in die Tiefe, sondern macht dabei auch noch eine Drehung. Halt wie so ein Bohrer. Und deswegen. Dann geht es hier wieder hoch. Nach einer langen Strecke geradeaus. Und dann geht es wieder so. Dann kommt nochmal so eine Schleife. Kurz über Wasserhöhe. Damit das mal Illusion hat, etwas schneller zu sein. Und dann hier gleich nochmal so einen kleinen Fürlefanz. Sonst geht es erst nach rechts und dann wieder nach links. So der Bogen. Ja, das sieht ziemlich wild aus. Hier oben ist da nur noch Auslaufstrecke, Auslaufzone. So baut man solche senkrecht Coaster. Aber auch da sind keine Loopings und sonst was. Und super Kurven drin. Da wird hauptsächlich Geschwindigkeit gemacht. Tiefer Fall und hin und her. Und jetzt können wir auch mal einfach eine Runde fahren. Ich denke mal, ihr freut euch da bestimmt drauf. Obwohl das ist äußerlich jetzt noch überhaupt nicht hier dekoriert. Also hier seht ihr noch meine Experimente. Die haben ja auch noch Spuren hinterlassen. Dann bin ich erst von ganz anderen Stellen rausgekommen. Auch das hier wird alles noch verschönert später. Das Kino braucht ihr auch noch nicht beachten. Das möchte ich noch ein bisschen... Ja, das soll hier nur so ein bisschen eingebaut werden. Also schön, da soll so ein Burgfriedrichsum, dass man diesen Kasten gar nicht sieht. Der passt ja thematisch überhaupt nicht. Ich habe das nur das Diamantenkino genannt. Ähm, beziehungsweise die 3D-Diamantenschau. Oh, das mache ich genau. So. Na. Ja, die 3D-Diamantenschau. Deswegen auch so ein bisschen Diamanten-Look. Ihr kennt das ja aus diesem besagten Blockbauspiel. Ähm, der ist ja sowieso... Ja, komm, jetzt lass mal erstmal die Probefahrt machen. Das ist ja jetzt irgendwie alles Käse sonst. Ähm, schalte ich direkt mal hier auf. Und dann brauchen wir hier noch hin. Dann setze ich mich mal in die Mitte. So ein bisschen... Ah ja, dann gucken wir einfach mal zu. Und das ist schon ziemlich cool, wenn der gleich da so diese... diesen Bohrer runter... runtersaust. Ich hoffe, ihr hört mich auch noch. Das Spiel ist nicht zu laut oder so. Wow. Wow. Ja, und nochmal andersrum, ne? Nicht immer in dieselbe Richtung. Jetzt hier ein bisschen Weg. Wow, dann nochmal hoch. Rechts, links, ne? Ja, wunderbar. So, dann nur noch Auslaufzone. Schön in den Bahnhof zurück. Das war eine prima Fahrt. Und jetzt läuft es auch ganz gut. Die Werte sind auch okay. Äh, kann ich euch jetzt so schon mal versichern. Jetzt machen wir das auch mal wieder aus. Das ist auch so eine Angewohnheit von mir. So. Ruhe, ne? Okay, ja, ich höre mir nochmal eben jetzt an, was ich aufgenommen habe, ob der Sound auch stimmt. Ja, prima. Alles im grünen Bereich. Und, ähm, finde ich jedenfalls, ne? Äh, okay. Und habt, ihr seht ja jetzt hier, äh, vielleicht komme ich da später auch nochmal drauf zurück, wie ich das dann immer so alles konstruiere. Das ist hier zum Beispiel, ihr seht ja noch so ein paar Versuche. Da habe ich, äh, versucht herauszufinden, wie hoch ich denn die Seitenwände ziehen muss, um die Kuppel ganz verdecken zu können. Ne, das ist, äh, jetzt hier so ein kleines Experiment gewesen. Ja, das gucke ich mir auch gerade nochmal an. Ja, okay. Äh, ich mache das immer so skizzenhaft, ne? Erst planiere ich das Land, äh, um so eine bisschen glatte Fläche zu haben. Und dann werde ich, dann male ich immer nur mit den Texturen so ein bisschen vor. Ne, also hier, ähm, hier das. Ja, da kann man wunderschön hier so Wege schon mal einmalen, so irgendwie, ne? Oder da, äh, roter Backstein, das ist dann, mache ich da, da möchte ich dann immer Shops hinterher hinbauen. Den Platz reserviere ich dann praktisch schon mal. Habe ich jetzt noch keine Lust, die Shops einzurichten, weil, äh, da muss man sich immer so viel durch die Menüs klicken. Und das macht man irgendwie immer mal in so einer ruhigen Minute. Ja, alles klar. Pass auf, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, verlassen wir mal die Baustelle erst. Und dann, äh, gucken wir uns mal unten am Eingang um und sehen mal, was ich bisher so gebaut habe. Einen Augenblick dann mal. Gut, und dann sind wir unten am Eingang angekommen. Äh, den kennt ihr schon aus der ersten Folge. Äh, da hat sich auch nichts getan. Hier habe ich nichts mehr gemacht an dem Eingang. Äh, hier vielleicht auch eine Eisbude hingestellt. Und ja, wenn ihr nochmal aufs Klo wollt, äh, dann, äh, könnt ihr jetzt noch schnell gehen, bevor wir jetzt hier den Parkrundgang machen. Das ist nicht viel. Da braucht ihr jetzt nicht so viel erwarten. Aber, das ist jetzt zum Beispiel schon unser Chef, äh, Chef-Mick. Ja, Chef-Mick, äh, der kann alles. Und den lasse ich erst mal. Das ist so mein erster Mechaniker, der hier ab und zu mal rumrennt. Meistens spiele ich, oder baue ich ja sowieso im Pause-Modus. Aber, äh, der kann halt ab und zu, wenn ich mal Testfahrten mache, dann, äh, in der Zeit kann der schon mal was checken gehen. Hier aber fange ich dann direkt an mit so einem kleinen, ja, so einem Kinderkarussell oder so. Ja, Dampfkarussell ist das hier, glaube ich, schön so im Grünen drin. Das ist eigentlich ganz nett, wie ich, wie man das so gerne möchte, im Park. Da fängt ja alles mal so, erst mal so ein bisschen sanft an. Und natürlich ganz wichtig ist die Rundfahrt oder der Jet. Also, ihr habt da mal gerne so eine Einschienenbahn, die durch die Gegend fährt. Und zwar baue ich die auch immer nur Stück für Stück, so weit, wie ich gerade den Park schon ausgebaut habe. ne, also die hört jetzt hier hinten irgendwo auf und auf einem anderen Ende ebenso, weil, äh, es da noch nicht weiter geht, ne. Soll also eine Rundfahrt werden und kein Shuttle, ne, der hin und her fährt. Weiter geht's hier so ein, mit so einem kleinen, ja, so ein Karussell, halt ein Twister, nennt sich das im Spiel. Ich hab den Twister ein Shout genannt, das mach ich ganz gerne. Die, auch die billigen Attraktionen, lass ich den mal irgendwie Namen, ich weiß gar nicht, hab ich das Karussell auch irgendwie genannt. Nein, das heißt immer noch Dampfkarussell, da ist mir noch keine, kein passender Name eingefallen. Auch das her, glaub ich noch, doch, das ist die Wiesenfelser Rundfahrt, ne, also. Gut, kommen wir zur ersten Achterbahn. Hey, tatata, ne, äh, eine schöne kleine Kinderachterbahn, die gehört doch in jeden Freizeitpark, der was auf sich hält. Und zwar ist das hier der kleine Käfer. Na, wo ist es denn? Der kleine Käfer, ne, und, ähm, nichts Spektakuläres, sanfte Hochfahrt, kleines Gefälle, wieder hoch, paar Kurven, schöne Acht, klassische Acht, ne, Achterbahn, aha, und, äh, am Schluss nochmal so ein bisschen einen kleinen Huckel, ne, damit so ein bisschen in den Eierstöcken kitzelt und, dann geht's halt direkt auch weiter, weil ich hab den so eingestellt, dass er zwei Runden fährt, ne, ist doch ein bisschen schlapp, sonst eine Runde, und, ähm, ja, wie ihr seht, das ist, äh, ist halt, Moment, so, machen wir das jetzt mal, fahren wir direkt mal mit. Also braucht ihr jetzt auch keine Angst haben, nicht nur, weil, äh, Papa Vorbuddler dabei ist, ne, sondern, weil das eine ganz gemächliche Fahrt ist, obwohl, das ist bestimmt, das ist doch ganz schön eigentlich. Hui, ja, ja, jetzt kommen wir so richtig auf Touren, so langsam, ja, ihr merkt das, es geht jetzt richtig bergab und jetzt nochmal den, ho, heieiei, das hat ja wieder gekitzelt. und dreck hier die nächste Runde, ne, nochmal hoch und nochmal runter, so ganz sanft, man hätte sich jetzt auch mal hinten hinsetzen können, dann wäre das alles etwas schwungvoller, nehmen wir den ganzen Schwung noch mit, so, ja, und dann sind wir ja gleich auch schon da, letzte Kurve noch und dann kommt wieder der schöne Huckel, den dürft ihr euch jetzt freuen, Hi, ja, sehr schönes Gefühl. Wunderbar, eine kleine, der kleine Käfer, kleine Käferfahrt. Klar, ist ja eine, eine Käferachterbahn, nennt man die Dinger, ne. Ich gehe wieder auf Pause. Ja, gehen wir weiter durch den Park, äh, nochmal vielleicht zurück beim Eingang hier, äh, ich weiß nicht, ob ich das, das hatte ich glaube ich angefangen in der Folge 1 hier zu bauen, so ein, das mache ich gerne halt, irgendwelche, äh, Fressalienstände, äh, und dann schön verkleiden mit irgendwie so einem Gebäude, das ist alles in diesem, ähm, Kolonialstil, nennt sich das hier, äh, gebaut und wenn wir jetzt auf die andere Seite drehen, dann sehen wir jetzt hier schon so ein Holzgerüst und ein Ausgangs, hier, das ist kein Zutritt, das ist, äh, damit hier keine Leute rein spazieren, weil das ist nur ein Ausgang, das ist eine Sackgasse, ähm, ja, ihr seht schon, das ist eine Raftingbahn und die verkleide ich gerne auch hier so mit so Hecken in diesen Holzstützen rein, äh, überhaupt baue ich gerne diese Raftingbahn hier so in so einer Landschaft rein, ja, äh, so sieht das dann aus und zwar war das vorher, das sieht man sehr schön, einfach nur so ein mehr oder weniger quadratisches Land, ganz flach, ganz platt war das und, äh, ich habe gesagt, komm, da baust du eine Raftingbahn rein, weil die kannst du auch sehr schön auf, ja, eng im Land, äh, bauen, weil die so schöne, diese ganz engen Kurven auch hat, also die kann man sehr dicht bauen, ne, und ja, den Eingang und Ausgangbereich habe ich dann erstmal in die Mitte des Landes gesetzt, damit ich hier den, den Eingang, also ich meine die Station jetzt, ne, ähm, damit man den Eingang und den, den Ausgang so ein bisschen durch den Track laufen lassen kann, was gibt es denn Schöneres als zum Beispiel in der Warteschlange zu stehen und dann schon mal zu gucken, äh, wie die anderen schon fahren und, ne, wie das so abläuft oder beim Rausgehen hinterher, da guckt man sich auch noch mal ein bisschen den Track an und dann sagt man, ach, guck mal da, bin ich eigentlich an der Stelle so nass geworden und so, ne, äh, all diese Sachen, das gehört ja irgendwie dazu und, ähm, ja, da baue ich erstmal immer nur diesen Track und wenn der fertig ist und läuft, dann fange ich an, die Landschaft da ringsherum zu modulieren, ne, äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt runterkommt, da kommt man jetzt leider nicht unter die Schiene, da kann man, könnte man jetzt sehen, dass unter der Schiene ist praktisch Luft, die steht da auf Stützen, aber das Land ringsherum habe ich halt so angeglichen und schön begrünt, so ganz dicht begrünt, ne, ähm, so dass das irgendwie natürlich aussieht und man hat dann viele Schluchten, durch die man fährt, da kann man da hier von oben auch mal ein bisschen reingucken hier, seht ihr, die Wasserfälle da eingebaut, ne, auch sehr schön und da würde ich auch mal direkt wieder vorschlagen, äh, wo wir doch gerade mal so schön beieinander sind, äh, machen wir doch einfach mal so, dass wir auch noch eine Runde mitfahren, jetzt mal eine Runde mitfahren, jetzt mal uns zeigt man den ersten Wagen, ich denke, ich lasse den jetzt einfach mal rotieren, wie der normalerweise auch fährt, mal gucken, was wir dann so sehen, oh, hier komme ich für die erste Strudel, das geht ganz schön rund, also ich kann jedem nur empfehlen, der, äh, im Freizeitpark geht, ähm, Raftingbahn mal ganz zum Schluss zu fahren, ne, das ist sonst, äh, ich gucke mal in eine andere Richtung, oh, da kommen Stromschnellen, ja, sonst wird man nass, man kann sich den ganzen Tag versauen, wenn man das am Anfang macht und das Wetter ist jetzt nicht gerade so sommerlich, dann frierst du den Hintern ab, wenn du in irgendwelchen anderen Warteschlangen stehst, äh, man ist immer zu gichter und das würde ich nicht empfehlen, ah, ist ja schön hier, um Überdachung natürlich, das müsste dann alles, ich gucke immer, dass es halbwegs so funktioniert, dass man sich auch nicht den Kopf stößt beim Durchfahren, das ist ein großes Problem, ja, hier noch ein bisschen schaukeln, ne, ein bisschen hin und her, wunderbar, hier können wir auch ein bisschen in die Landschaft gucken, da hinten sehen wir auch nochmal eine interessante Strecke, nun gucken wir uns gleich noch an, ein Riesenrad, ne, das ist jetzt auch nicht so, ist halt ein Riesenrad, ne, so hier hoch und jetzt geht es ein bisschen runter, so eine Ecke und dann ein bisschen runter, aber noch nicht ganz, hui, sondern erst hier, ne, he, he, kleiner Trick von mir, auf der Hochfahrt war es genauso, ui, jetzt bin ich ziemlich nass geworden, aber der da auf dem Stuhl wird noch mehr nass, die nächsten schreien auch schon hinter uns, ja, geht nochmal um die Ecke und dann kommt nochmal so eine Wasserfallstrecke, was wollte ich sagen, ja, hinter der Auffahrt habe ich das genauso gemacht, die unterbreche ich immer, mach eine kleine Senkung rein und dann fahre ich noch ein Stück höher, da kannst du dann Länge oder so sehr lange Auffahrt, du kannst mal damit ein bisschen, äh, ja, irgendwie interessanter gestalten, so, hier kommt nochmal so eine Strudel-Ecke, jetzt geht es nochmal richtig im Kreis, oah, oi, 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 ach du meine Güte, das hat aber keinen Einfluss auf die, auf die, auf die Werte bei der Bahn, ich meine, also, es gibt heute eine erste T3, das ist bekannt, immer noch so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, aber hier auch sehr schön mit diesen, ne, da war sonst nur so eine Steilerdwand da, so langweilig, ja, also es gibt ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, die Bahn, also, die, die wird nur bemessen, glaube ich, nach, nach, nach Gefällen, ne, und, und nicht nach wie viel Strudeln und Stromschnell man eingebaut hat, also, das ist ein bisschen doof, die Rafting-Bahnen, die lassen auch wirklich die sinken in der Zuschauerbringst sehr schnell, also, ich muss sich immer wieder feststellen, äh, das ist halt so, so eine typische Eigenart, aber, wie gesagt, meistens ist das Bauen ja auch das Schönste, so, die sind auch schön in der Station, wir haben direkt mal raus, bevor wir hier noch eine Runde fahren müssen, und wieder alles auf Pause geschaltet, sehr schön, jetzt könnt ihr euch das nochmal von oben angucken, ne, das ist also auch schon so ein richtiger Blickfang, wenn man jetzt so in den Park kommt, und dann ist man sehr schnell hier schon an so einer, ne, schön, könnt ihr auch von allen Seiten gucken, da sieht man immer so kleine Details, und, ne, also, Achterbahnbau ist nicht, nicht alles in Rollercoaster-Tycoon, man kann sich auch mit anderen Dingen noch sehr beschäftigen, ja, nicht zu knapp jedenfalls, ja, hier das Riesenrad, ist das erste Mal, dass ich das überhaupt in einen Park eingebaut habe, weil mir das eigentlich immer so, ein bisschen zu groß und protzig ist, es sieht toll aus, so, aber, äh, es ist halt wirklich sehr groß, und ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt im Spiel funktioniert, da passen ja unendlich viele Leute rein, und wie das alles mit dem Aus- und Einsteigen, äh, ich glaube, das, das geht dann immer ganz komisch, ich weiß es nicht, das werden wir uns dann irgendwann später auch nochmal angucken, ist es auf jeden Fall besser, als das kleine Riesenrad, das ja wirklich etwas mickerig ist, ne, das kann man auch verzichten, hier seht ihr übrigens auch den, dass ich halt den, den Jet hier bis hierhin gebaut habe, das war hier, hier musste ich um den Weg noch irgendwie rum, aber das ist ja auch cool, ich finde es wichtig, dass so Jetfahrten sehr viele Kurven haben, äh, weil das eben auch wieder die Illusion liefert, man sei unendlich unterwegs, und würde um tausend Kurven fahren, aber fährt man eigentlich immer, immer die gleiche Stelle, und macht nur halt, wie gesagt, ein paar Kurven rein, und, äh, ja, dadurch verliert man einfach, ähm, ein bisschen Orientierung, und, und hat den Eindruck, alles wäre noch viel größer, und viel weiter entfernt, ne, ja, auch hier Stationen, und da hinten ist noch ein, ein Fressalienhaus, hab ich auch noch, aber auch wieder, wie gesagt, alles schön so ein bisschen verkleidet, ne, ne, das kann man noch ein bisschen protziger alles machen, aber, okay, was soll's, ne, äh, ich glaub, die hab ich auch schon alle eingestellt, hab ich denn das hier schon, ja, hier gibt's türkischen Honig zum Beispiel, sehr lecker, macht ihr eure Zähne gnadenlos mit kaputt, aber, ist halt lecker, ne, ähm, aufpassen beim Zuckerwattestand, wenn ihr den auf so einen eigenen Stand baut, das ist verbuggt, ne, das ruiniert euch alle anderen eigenen Stände, die ihr so eingestellt habt, die haben plötzlich alle, ne, das ist alles, alles Mist plötzlich, probiert das gar nicht aus, und, äh, alles andere scheint zu klappen, nur Zuckerwatte, bitte nicht in diese eigenen Stände rein, also, jedenfalls in meiner Spielversion, die ja jetzt schon etwas älter ist, ich glaub, ich hab mir mal, ich hab die Originalpakete gekauft, und dann hab ich mir nochmal irgendwo, so ne, so ne Goldversion mitgenommen, ah, das ist schon ewig her, also, das ist, RCT3 ist ja schon 2004 erschienen, also, ne, es gibt heutzutage in, in, in fast jeder Pyramide hier, kennt ihr den im Supermarkt, ne, für einen Zehner oder so, also, wenn ihr aufbauen mögt, wenn ihr Minecraft mögt, ist es ein bisschen ruhiger als Minecraft, viel ruhiger, weil ihr hier nicht gejagt werdet, ne, ihr müsst ja nicht, äh, die Nacht überstehen, ist alles, alles schön hier, ne, obwohl es manche Szenarien, natürlich auch in sich haben, ihr könnt auch Szenarien spielen hier, ne, das hab ich auch eine Zeit lang gemacht, aber gut, ja, aber wenn ihr auf sowas steht, so aufbauen und planen und verschönern und, äh, dekorieren, dann holt euch unbedingt Rollercoaster Tycoon 3, das ist eine Investition für viele, viele Jahre, das garantiere ich euch, ja, jetzt kommen wir natürlich zur momentanen Hauptattraktion, äh, das ist der VB Superstar, ne, der Vorbüller Superstar, und, äh, natürlich in den Wiesenfelsfarben, äh, rot und gelb, ne, und wir gucken uns den Track auch erst nochmal an, das ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, welcher wäre das nochmal, das war dieser, ich guck mal eben nach, die hatten, haben so einen Namen, und zwar, Bigbahn, Bigbahn, das sind die, da hast du alle möglichen Tracks, die alle anderen Achterbahnen auch haben, so Stahlachterbahnen, und ganz viele verschiedene Wagen, die man sich aussuchen kann, und so kann man sich echt kolossale Tracks zusammenbauen, dieser hier hat ja auch einige Überschläge, Inversionen, äh, wie wir sagen, ähm, gucken erstmal hier, sehr steil geht es erstmal hoch, das ist schon mal ein Vorteil, kann man viel Platz sparen, dann geht es hier, recht gemächlich in den ersten, äh, runterfall, ja, das hat also einen schönen Effekt, dass man sehr langsam, aber doch sehr gewiss beschleunigt, ganz runter, wieder hoch, sehr steil, dann geht es jetzt direkt in so eine, äh, Umdrehung, ja, so und in so eine Steilkurve, hier hoch, und dann macht es dann eine Schraube, kommst du so aus der, aus der Kurve raus, und drehst direkt ein bisschen weiter in diese Schraube hinein, nochmal runter, eine schöne, äh, überbogene Kurve, und dann hier hoch, wieder steil, und dann hast du da oben einen ganz steilen Knick, und das ist wichtig, dass man hier nicht zu schnell rüberfährt, das sieht komisch aus, äh, auch so schon von außen, ich finde immer, es soll sich beim Mitfahren ganz gut antun, äh, aber es soll auch so, wenn man so zuguckt, was man ja auch im Freizeitpark ja auch sehr häufig tut, einfach mal zugucken, ne, das, da soll das auch schön aussehen, ne, weil die meisten Bauern in Royal Cross-Taggung viel zu schnell, da rasen die da durch, das sieht lächerlich aus, ne, äh, Genickbrecher, sag ich dazu immer, auf jeden Fall geht das hier schön rüber, zügig, flott, aber, ne, gibt uns den gewissen Kick, aber dann zur Seite weg, runter, in den Immelmann, der dreht sich rum, und stürzt dann nach unten, hier nochmal eine bodennahe Kurve, ganz steil, ja, äh, ist glaube ich, wie nennt sich das jetzt, ein vertikaler Looping, ne, oder ein horizontaler Looping, horizontal ist glaube ich der normale, obwohl das keinen Sinn macht, naja, es ist auch egal, ähm, auf jeden Fall ist das der tolle Effekt, wenn du natürlich direkt neben dem Boden lang rauscht, hast du natürlich den Eindruck, viel schneller zu sein, als du in Wirklichkeit noch sogar schon bist, naja, wenn du jetzt ganz weit oben so die gleiche Kurve machst, dann ist der Boden weit weg, ja, ne, das ist dann halt nicht so ein großer Eindruck von Geschwindigkeit, deswegen baut man halt gerne auch bodennahe Kurven, so, und dann haben wir jetzt hier, mal die Testfahrt vor uns, direkt mal rein, und ich weiß ganz genau, dass ihr euch jetzt total festklammert, ob ihr am Sitz oder Schiss habt, nein, das ist ganz harmlos, ihr werdet sehen, wie sanft sich hier diese Beschleunigung, sehr schön sanft, ja, dann geht's hier hoch, ganz wunderbar, da ruckelt nichts, ne, das ist einfach schön, jetzt direkt umgedreht, diese Schraube unter, schön ausfahren, die Kurve hoch, und jetzt kommt dieser starke Knick, und nach rechts weg, wunderschön, hier oben nochmal rüber, jetzt kommt der Immelmann, der dreht uns auf den Kopf, dann stürzen wir nach unten, die Bodennahe Kurve, zum Schluss, nochmal ein bisschen abgebremst, in den letzten Kurven, und in die Station zurück, ja, und weil er so lieb war, können wir auch direkt nochmal, der lässt uns noch eine Runde fahren, ja, guck uns das gleiche nochmal an, pass auf, ich lass das jetzt mal ein bisschen auf euch wirken, wunderschön, hui, da das mit dem Wasser, finde ich auch gut, mach ich sehr gerne, ja, dass man, ja, dass man das, wenn man runterfällt, dass man so einen Eindruck hat, man fällt ins Wasser, ja, man fährt ins Wasser rein, was man natürlich nicht tut, ja, das war schön, das war eine schöne Fahrt, ne, also man muss halt auch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen die Strecken und Kurven ausfahren, wobei natürlich die Möglichkeiten jetzt, bei RCT3, äh, sehr begrenzt sind, was den Achterbahnbau angeht, also jetzt so die, auch so die Professionalität, sag ich jetzt mal, ne, das ist schon um etwas schön, das seht ihr ja, man kann da schon was Schönes hinkriegen, äh, was ein bisschen geschmeidig läuft, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit so richtigen, ich sag mal jetzt, äh, nur Limits oder sowas, kennt ihr vielleicht auch, ähm, äh, das ist was ganz anderes, aber auch vom Spielen her war es ganz anders, äh, und RCT3 ist im Vergleich zu den ersten beiden Rollercoaster Tycoon-Folgen natürlich auch ein riesen Fortschritt, äh, in allen Belangen, nicht nur, weil es dann plötzlich 3D war, sondern weil es da viel mehr Streckenteile gibt und alles, und Bahnen und Flatrides, also das sind die normalen flachen hier, so Karussellbahnen und hier sowas, ne, äh, das gab es vorher kaum, da wurde ja getrickst ohne Ende, jetzt gucken wir hier nochmal an, ich musste irgendwie den Berg hoch nach so Burg Wiesenfels, und, äh, ihr seht von der Seite jetzt sehr genau, wie unheimlich steil der ist, der Berg und hoch, ne, also erst bin ich da so irgendwie querfeld ein, den hab ich geguckt, dass ich da irgendwie hochkomme, aber das sah schon Mist aus, ich hab gedacht, der Dresden ist schon so ein Video, der muss da auch mal was bieten, hier fürs Auge, ne, machst du mal so, und dann, dann hab ich dann diesen schönen, gleichmäßigen Zickzackweg da hochgebaut, ne, und natürlich auch eine Seilbahn, die fährt hier unten los, sehr schön, und genau durch so eine Schneise hier in dem, in dem Wald, wie das auch sein sollte, und das mach ich auch gerne hier, ihr seht diese Stütze, nicht als, das ist Absicht, dass die da so hässlich ist, das war, so eine Stütze, die steht ja nicht einfach auf dem, auf dem schwammigen Waldboden, ne, die so eine Seilbahn hält da, ne, sondern die ist natürlich schön auf so einem Betonblock, äh, eingebaut, ne, hat da ein ordentliches Fundament, ja, hier kommt der Weg oben an, und wie ich dann hier so weitermache, das ist mir im Moment noch nicht klar, ich hab das jetzt hier nur skizziert, eine Station hingestellt, äh, ein paar Mauern ringsherum, äh, Weg angeschlossen, ja, und hier sind wir jetzt, auf der Burg Wiesenfels, ähm, ich war bei dem Kino noch stehen geblieben, was ich gerne, halt zu einem Burgfried machen, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier mit dem Graben nicht so in die Quere komme, aber ich glaub, das geht grad noch gut, äh, wenn man hier an die Ecke, was nehm ich denn da immer, wo ist es denn hier, schauen wir mal hier die karibischen Abenteuerwände an, baue ich da, wo war denn nochmal dieses eine, hier, Wandbasis-Ecke, so, und auch da noch hin, und dann das, äh, die Wand-Ecke, da muss man die Shift-Taste halten, ne, und dann kann man das so stapeln, das ist auch so eine tolle Sache, so Stacking, ah ja, hier hinten den Berg, den sollte ich jetzt mal ein bisschen angleichen, damit das auch wirkt, da hinten, ne, so, naja, erstmal baue ich mir stundenlang so ein Land, ne, ich habe hier so 250.000 mir gegeben, auf so einem eigenen Land, habe nur noch 170.000, ach du meine Güte, so viel habe ich schon ausgegeben, gut, äh, reicht aber trotzdem noch eine Weile, und, äh, und, äh, ja, da baue ich mir erstmal so eine Landschaft da rein, ne, und jetzt fange ich wieder an, die Landschaft zu verändern, aber das ist ja im Grunde wie in der Wirklichkeit auch, ne, das, äh, man muss schon mal so ein paar Erdarbeiten vornehmen, ihr kennt das aus Minecraft, da bleibt auch kein Stein auf dem anderen, so, ja, das ist genial, äh, ein Rollercoaster Tycoon, das war es immer schon, na, das ist, dass du hier so von so einem Block, den kannst du nicht nur einfach so hochheben, du kannst auch so eine einzelne Ecke nehmen, und die so bewegen, und dann die nächste Ecke auch noch irgendwie, und dann eine ganze Kante noch verschieben, irgendwie so, ja, und das ist, äh, das gibt hier unendlich viele Modulationsmöglichkeiten, und das ist jetzt sogar noch gerastet, das hat jetzt immer so, so Meterrast, ne, das ist immer ein Meter, so, zack, ne, und man kann auch einstellen, dass das stufenlos geht, ich glaube, das war dieser Schalter, ihr seht ja, dann kann man hier so, aber das ist schwierig, das ist sehr schwierig zum, zum Bauen, ne, äh, ich nehme auch mal immer diese, diese Rasterung, da kannst du jetzt zum Beispiel hier so ein, so immer schön einrasten, und, äh, da klappen auch dann immer, so die, äh, so Gebäude dann, und so, die kann man da draufstellen, sonst kommt die nicht da in die Quere, ja, und das ist immer genial gewesen, auch schon in den ersten Rollercoaster Tycoon Folgen, und das erinnert mich sehr an Minecraft, Minecraft ist ja auch inspiriert von, von RCT, und, äh, früher haben wir das so gemacht, da haben wir dann so Gebäude gebaut, ne, aus Erdklötzen, guck mal so, hast du ruckzuck so ein Haus, so ein Haus zum Beispiel, ne, jetzt baust du da oben auf dem Dach, kannst du jetzt so eine, was weiß ich, Dach fahren, ne, ne, und die Wände noch, die kann man jetzt verzieren, mit irgendwelchen Platten, ne, aber so baute man dann früher Häuser, und Gebäude, ne, also, kann mich erinnern, dass ich sogar mal, aus, äh, Coaster Schienen, irgendwie ein chinesisches Dach gebaut hab, vor ganz vielen tausend Jahren, ne, äh, trotzdem ist man ja froh gewesen, dass man es irgendwann nicht mehr machen musste, ne, aber weil es jetzt genug Bauteile so gibt, aber das ist eben, äh, vergleichbar mit Minecraft, ne, wenn man jetzt Minecraft auch noch, so, die Blöcke an den Seiten so nehmen könnte, um die zu formen, dann, wäre da natürlich, wären da wesentlich mehr Möglichkeiten noch, ne, obwohl, okay, es ist, es ist ein anderes Spiel, ein ganz anderes Spielprinzip, und auch viel Sinn, was soll's, ähm, hier kann man auch nochmal schön gucken, das wollte ich noch auf Ausbessern, da hab ich ja solche Experimente gemacht, äh, die, da lege ich jetzt einfach mal diesen Knopf um, mach das ein bisschen größer, hier mein Pinsel, äh, na, und, dann kann ich jetzt hier so das Gelände so, anpassen, bis es ungefähr aneinander rastet, ein paar mal hin und her, nochmal loslassen, nochmal ran, nochmal loslassen, nochmal hin, ne, so hat man dann solche coolen, plötzlich, ein bisschen Gefühl braucht man da immer, zack, schnell loslassen, wenn es stimmt, hier an dem bestimmt irgendwas nicht, den mach ich da manuell, irgendwie so, ja, es ist jetzt hier auch nicht, äh, hier kann man, wird man ja noch pflanzen, hinpacken irgendwann, naja, so provisorisch, ne, kann man das jetzt vielleicht erstmal, lassen, vielleicht gehe ich nochmal drüber, vielleicht ist auch der Pinsel zu groß, ja, jetzt habe ich es, ja, also, wo viele Möglichkeiten der Modulation sind, kann man natürlich auch viele Fehler machen, so, da sieht man eigentlich immer ganz gut an der Textur, ob das jetzt gerade bündig ist oder nicht, so, sehr schön, also kann man also ganz gut auch solche, äh, Stellen so reparieren, die irgendwie bis Lungen sind, gut, baue ich hier mal ein bisschen weiter, ach, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon drehe hier, das ist ja irgendwie irre, schön, dass wir ja nicht mehr auf die Uhr gucken müssen, so, mache ich hier ja mal so eine Sonderklatsche-Folge, ne, Kanonen könnte ich auch auf Burg Wiesenfels bauen, das wäre doch mal was, ne, Kanonen, wo ist denn die Dreierwand, da ist die Dreierwand, ganz unten, so, baue ich jetzt erstmal so ein bisschen provisorisch, damit ich ein bisschen weiter komme, einfach nur, damit man auch noch ein paar Anhaltspunkte hat, ja, 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 äh, warte mal, ich glaube, ich habe das sogar falsch gemacht, der wird jetzt nämlich gar nicht quadratisch, der Burgfried, der muss nämlich nach vorne, muss der nämlich breiter sein, nach hinten stimmte der nämlich, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, das stimmte doch so, okay, da habe ich nichts gesagt, so soll das sein, die Wand kann weg, und die auch, aha, machen wir direkt mal eine Wandreihe drüber, da kann dann die, äh, Wand, Ecke, 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 ja, das ist wirklich so, äh, man hatte auch nicht immer Lust drauf, manchmal möchte man eine Achterbahn bauen, lieber, ne, und, aber mein Gott, das gehört alles zu einem guten Park, dass, dass man sich eben auch so ein bisschen Mühe gibt, was die Dekoration angeht, dass das nicht alles so 0,15 aussieht, wie gesagt, äh, wer da noch mehr drüber wissen will, der möge einfach mal auf YouTube so ein bisschen suchen nach RCT3, da gibt es wirklich tolle Leute, äh, die so Mods einsetzen, und, äh, spektakuläre Bahnen bauen, das ist toll, ne, ich weiß auch gar nicht, wie lange die da dran sitzen, an sowas, das ist, äh, ja, kaum zu bewerkstelligen, ja, prima, das wird schon langsam was, ich glaube, jetzt, hm, vielleicht kann man den jetzt hier schon, ja, das ist eine gute Idee, ich versuche mal, äh, geht das, ne, das geht glaube ich nicht, ich nutze ja hier die Innenseite, wenn ich jetzt hier eine Bodenplatte schon drauf setze außen, dann kommen die sich in die Klivere, komme ich denn hier schon in der Höhe, nach außen, das geht, das geht, also dann geht das doch, pass auf, machen wir das mal folgendermaßen, hier kommt noch die nächste Reihe, drauf, jetzt kann ich auch immer so die, wenn der einmal sein Maß hat, kann ich auch einfach mal die Steuertaste immer drücken, dann springt der automatisch auf seine, auf der, auf die Höhe, die man vorher verwendet hat, bis auf, das sehen wir jetzt hier gerade, manchmal sind da so Ausnahmen, da klappt das dann plötzlich nicht, ne, überhaupt, scheint mir das Kino ein bisschen verpackt zu sein, aber ich weiß das auch nicht, obwohl es muss nicht, ach, soll uns einfach, jetzt nicht jucken, drücken wir nochmal die Steuertaste, hier, kommen wir jetzt mal vorne noch drum, ja, ah ja, die Ecken waren ja noch falsch hier, die Wandbasis-Ecke, kann man einfach so überlagert bauen, schön, Schrift, wunderbar, und hier noch Wände rein, ja, genau, genau, und jetzt werde ich hier außen noch, schon mal so ein bisschen Boden reinbauen, was nehmen wir denn, eckiges Flachtack, äckiges Flachtack mit Stange, mit Kanone, hier am besten mit so einem hier, ne, erstmal das ist gut, dreht man sich erstmal in die Richtung, wie man es braucht, so, und jetzt können wir diese Seitenteile hier heranbauen, und dann wird das schon langsam wie eine Burg aussehen, unser 3D-Kino, unser Upget Spaces, jetzt mache ich erstmal diese Teile zu Ende, die Ecken setze ich dann später ein, muss ich nicht so viel in den Menüs hin und her klicken, ja, so, langsam gefällt das dem kleinen Vorbullar, so, pass auf jetzt, oh, das passt sogar schon direkt hier hin, wie gesagt, das ist auch immer noch ein Vorstadium, das mache ich erstmal nur, um auch zu gucken, ob es ungefähr so kommt, und ob ich in dem Stil hier weiterbauen kann, oder ob ich es noch ein bisschen pompöser machen muss, oder weniger, keine Ahnung, ne, ja, das wird langsam, jetzt baue ich hier den Turm, diese Teile, die kann ich jetzt auch mal weg machen, baue man nicht mehr, und jetzt wird es nämlich langsam frickelig, wenn wir jetzt in die Höhe kommen, da immer, da immer, wie heißt es hier, die Dingens drauf, die Wände darauf balancieren, da muss man immer unten anpeilen, und dann oben drauf, so, eine Steuertaste hilft einem dann, aber bisher wie wieder nicht, also, das ist, da ist mir auch irgendwas schief gegangen, das ist irgendwie versetzt, so ist richtig, mache natürlich jetzt nur die Innenseiten, es ist doch nicht symmetrisch, ach, das ist aber auch nicht schlimm, jetzt, jetzt wollen wir mal nicht mit Symmetrie anfangen, was wir sonst ja auch nicht tun, ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt hier für ein Special ist, ich drehe hier einfach schon mal, weil ich da gerade Lust drauf habe, und es war einfach mal so, an der Zeit, so, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt, ob ich jetzt hier ein Tausender Abonnenten Special draus mache, oder was, oder ein Neunhunderter, oder so, mal gucken, ne, also auf jeden Fall, egal wie viele Abonnenten, oder was auch immer für ein Special das hier ist, was ihr jetzt seht, nennen wir es einfach mal Sonderfolge, äh, Rollercoaster Tycoon, ne, und alles andere ist uns egal, außer natürlich, dass ich mich bei euch damit natürlich auch bedanken möchte, möchte euch hier mal wieder ein bisschen Abwechslung einfach bieten, äh, ja, und einfach mich nochmal bedanken für eure, euren Abonnenten, eure Abonniererei, und, äh, all das ganze Zeug, was dazu gehört, Unterstützung, und, und, Senf ablassen, und so, ne, mache ich das jetzt noch weiter, ich habe jetzt noch eine Idee, jetzt wird es kompliziert, ah, das werde ich hinterher kaum, hinkriegen, ich brauche nochmal diese Bodendinger, ja, und auch nicht sauer sein, wenn ich auf Kommentare nicht eingehe, zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube oder sowas schreibt, äh, also fachliches zu Minecraft oder so, könnt ihr auch sowieso ganz gut, auch auf Minenarbeit hinterlassen, da gehe ich dann eher mal drauf ein, äh, aber manchmal ist es auch einfach so, dass, dass Leute halt wirklich Fragen stellen, verständlicherweise, weil die vielleicht einfach, äh, gerade neu dabei sind oder so, aber da habe ich dann schon 30.000 Mal was zugesagt, oder auch in jedem dritten Video erzähle ich nochmal irgendwas dazu, und dann gibt es auch noch eine FAQ-Seite, eine Freakshare-Ask-Questions, ne, und, ähm, das ist ja alles da, und die Leute müssen einfach nur auch mal ein bisschen gucken, und wenn ihr mal auf Minenarbeit zum Beispiel guckt, dann findet ihr auch ganz viel Information, auch Zeug über, über mich, oder hier technisch, wie nimmst du auf, und, und all diese Geschichten, das muss ich ja nicht dauernd irgendwie in einem Kommentar nochmal erzählen, ich quatsche mir ja hier schon die Stimme heiser, da muss ich ja nicht auch noch die Finger wund tippen, also habt einfach Verständnis für, und, und, und wenn ich mal nicht auf jeden einzelnen Kommentar immer eingehe, ist ganz klar, das würdet ihr auch nicht tun, stellt euch immer mal vor, ihr werdet in meiner Lage, so, jetzt sind wir aber gleich hier durch mit dem Ding, und dann will ich nämlich noch dann, äh, noch die Innenseite, sagen wir noch so hier, ein Stückchen, vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr, pass auf, so machen wir das nämlich auch, äh, ne, den nicht, da haben wir irgendwo so ein flaches Dach, hier, jetzt wird es nämlich langsam schwierig, da immer anzupeilen, und das 3D-mäßige, da trifft einem manchmal gar nicht so, das ist einem eher in der Quere, so, ich will halt auf jeden Fall, dass man diesen blöden, dieses Cinema nicht mehr sieht, so, und jetzt möchte ich da noch einen Turm draufsetzen, und das ist natürlich jetzt schwierig, da brauche ich wieder die Eckwände, die Eckwände sind hier, oder Wandecken, ach, und die muss ich jetzt so postieren, gucken wir einfach mal, Pi mal Daumen, ja super, das geht ja, das passt genau dahin, und jetzt machen wir auch direkt mal 3 hoch, so, ich denke mal, das muss sein, bei so einem klotzigen, Turm, das ist echt, echt ein bisschen Zufall bedingt, wie man das jetzt hier, ob man das trifft, oder ob man es nicht trifft, na, jetzt, erinnert mich auch ein bisschen an, wie ist es, Magic Castle, oder so, in Phantasialand, ihr wisst ja, Phantasialand ist auch so ein bisschen, mein Park hier, ich komme ja aus der Region, im Groben und Ganzen, also schon einer der Freizeitparks, den man schon länger mal kennt, und, da gibt es ja ein Magic Castle, oder so, so ein Freefall Tower, ne, an dem man auch hochgeschossen wird, das ist ja ziemlich geil, das Ding, erinnert mich vom, vom Look, so ein bisschen, so düster irgendwie, ne, das ist aber okay, jetzt für so ein, für so ein Turm, erstmal, kann ich oben noch irgendwas draufbauen, nochmal so ein Balkon, oder so, so, jetzt müsste ich noch vorne, eine Verkleidung machen, vorne muss unbedingt eine Verkleidung hin, hier kommen ja noch die Wege, die Wege ziehen wir jetzt erstmal so, mit, die malen wir erstmal, ne, ach ja Leute, und ich würde sagen, äh, ja, ne, ihr wisst schon, was jetzt kommt, es ist langsam Zeit, sich zu verabschieden, ähm, denn, auch das schönste Video geht einmal vorbei, und, äh, ich mache ja weiter mit RCT3, irgendwann halte ich euch dann wieder auf dem Laufenden, hoffe, das hat euch erstmal hier wieder Spaß gemacht, wir sehen uns dann in Zukunft halt erstmal wieder bei Minecraft, ähm, ist ja klar, ne, muss ich ja mal was sagen, falls sich Leute jetzt wieder Sorgen machen, ähm, ja, und, schauen wir nochmal auf den Park so ein bisschen zurück, so runter, ach guck mal, das ist doch herrlich, so, hier ist es schön, ne, da sieht man mal, wie riesig dieses Riesenrad ist, das ist doppelt so hoch wie die Achterbahn, ne, na ja, schön sieht es aus auf jeden Fall, da hinten, das müssen wir alles noch bebauen, deswegen, macht euch mal keine Sorgen, geht schon noch weiter, wir sehen uns dann demnächst, vielen Dank für alles, vielen Dank fürs Zusehen, und, äh, ja, bis die Tage, ne, Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020